hallo meine cremigen freunde und willkommen zurück zu einer folge farcry 4 es ist ein special jetzt folgen zu also die folge ist eins und das nächste auch und zwar es geht um die herstellung von den sachen wie waffengut ich habe farcry 4 gestreamt dann hat einer geschrieben hey ich sehe du hast noch nicht alle sachen bei der herstellung wie wäre es solche müssen dabei helfen das habt ihr in der vorigen folge gesehen dass ich mit dem auch geschrieben habe habe ich gesagt ja klar gerne fände ich nice hat er mich kurz daraufhin eingeladen in farcry 4 zusammen gemacht ja und jetzt kommt das resultat dessen er ziemlich korrekter kerl ich bedanke mich noch mal bei ihm wenn du dir das video an wenn du das video anschaust noch mal vielen dank und grüß an dich ja deshalb bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen bei euch und sage bis zur nächsten folge und natürlich wenn ihr keine abonnenten seiten wird ich mich über ein abo freuen und wenn ihr auch das video liegt vielen dank macht es gut ich bringe uns da kurz hin wo sind wir sind hier schabröcken sind diese komischen fücher die sind hässlich da ist das bildschirm da da ich nenne die auch mal shopper alter meiner hat eine jogging hose an ich nenne die auch immer shopper was denn jetzt da ist sie telopediert Teleputzieren, weißt du? Ja, sonst ist es voll weit. Wirst du über 4000 Kilometer dahin laufen? Ja, läuft. So. Ich schieße das so ab, dann kriegst du direkt zwei Stück, weißt du? Also, wenn ich eins töte, kriegst du direkt zwei Fälle. Die Scheiße ist, ich habe die Außenposten alle zurückgesetzt, das war ein bisschen dumm. Du musst mir da bist du, okay. Ich habe breit den Fall. Später hast du auch so eine Jagdspritze. Dann siehst du die direkt im Gebiet. Ja, hat doch auch was. So, hier sind jetzt, warte mal, ich sehe schon welche. Ne, das sind Affen. Ja, toll. Hier links. Ich höre irgendwas. Mach mal mein Headset an, weil man hört die immer. Diese Schabratten. Ja, ich hatte doch gesagt, ich habe was gehört. Das sind alles Affen. Ja, die meine ich ja nicht, aber links von uns war was. Ist das ein Vogel? Ich mache jetzt Dings. Jagdspritzen. Warte. So. Jetzt wird alles angezeigt. Da ist es. Hier, nimm das und dann hast du das schon zweimal. Dann kannst du, glaube ich, schon einmal herstellen. Jetzt musst du was Gelbes aufleuchten, wenn das so ist. Ne. Nein? Nein. Brauchst du viermal? Dreimal. Einmal. Ja, das ist Schabratten. Hier. Ja, wo bist du denn da? Oh, Herstellung. Ne, Fähigkeitenpunkte. Genau, jetzt stellst du das her. Hab schon. Jetzt brauche ich Honigsdachfell. Ja, das tun sie gleich. Brauchst du noch irgendwo bei Herstellung nächstes Mal irgendwo noch diese Schabratten? Ne. Wildschweinhaut brauche ich, Jagdfell, Asamakanfell. Ja, ja, das ist hier die Affen. Pass auf. Sam. Warte. Das ist der Geldbeutel. Was machst du da? Nicht so töten. Nein, nein, nein. Nicht töten. Du machst das Fell kaputt. Echt jetzt? Ja. Ja. Hier, nimm den Affen hier. Der ist gut. Da. Den habe ich erschossen. Mal sehen, ob er auch was hat. Ja, einen. Stimmt. Herstellung. Und jetzt Panzer, Hornhaut. Samba-Fell. Was noch? Wildschweinhaut. Samba-Fell. Ja. Rothund-Fell. Ja. Schweinehaut. Königstiger-Fell. Okay, wir holen erstmal den Rothund. Komm her. Warte. Soweit ich weiß, kannst du im Koop aber keine Kampagne zu Ende spielen. Leider nicht, nee. Hier ist Rotund. Scheiß Köter. Jetzt rennen die auch noch weg. Dreh durch. Hätt ich mal lieber failen und boom. Wie viele brauchst du denn davon? Ich glaube zwei oder so. Egal, wie viele brauchst du hier liegen genug. Nur außen so. So. Probst du noch? Jackfell, Schweinehaut, Königstigerfell, Panzerhornhaut, Jackfell, Wildschweinhaut, Panzerhornhaut, Honig, Dachsfell und Samba-Fell. Was ist das denn hier? Nee, das ist das komische Tier. Hier ist Samba. Warte. Oh, da läuft gerade Samba. Oh, ist mich hingefallen. Warte, 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 markieren. Da. Samba. Brauche ich nicht so viele von. Deshalb, wenn ich eins treffen würde, die Foot haut ab. Ja, ich hab eins. Jetzt rennt weg. Dreh durch. Ja. Hallo? Was ist denn da? Hier vorne. Wildschweine. Was ist das hier? Nicht abschießen. Nee, ich abschießen. Hier, nimm das hier. Das Schwein, was dir tot liegt. Ich hol noch das andere. Nee. Brauchst du noch zwei, oder? Nee, du brauchst mehr. Ja. Hier ist das andere. Da ist dieses... Da ist das komische Fieder. Was hast du da eigentlich für eine Waffe? Armbrust. Hier ist die Samba, ja. Warte mal. Das ist offiziell, da ist... Das ist gut. An meinen Händen. Da, Samba hab ich auch. Beutetasche ist voll. Niemals. Aber ich konnte schon mal zwei Sachen herstellen. Stell erst mal was her. Boah. Stell erst mal was her. Ich... Ich... Da hab ich schon Sachen hergestellt. Jetzt geht's wieder. Jetzt brauche ich... Panzerhornhaut, Schweinehaut, Schabracken, Tapierfell wieder. Viermal. Schabrack schon wieder. Ja. Und Jackfell. Samba nicht? Nee, gerade nicht. Wildschwein auch nicht? Doch. Schweinehaut stand da. Schweinehaut, ja, aber... Nicht Wildschwein. Dann holen wir erst mal die Schabratten. Alter, ist das ein Hin und Her. Jupp. Schweinehaut, ja, stand da. Nicht Wildschwein, Schweinehaut. Hier sind im Moment keine Schweine. Ich weiß, wo wir Schweinehaut kriegen. Beim Schwein. Bei mir im Stall. Warte mal, was ist da rum? Das ist ein Adler. Steine. Ja, gut. Da. Viermal, ne? Aber wenn ich sie... Hier, hier, zurück, zurück. Ja. Ich töte dich und du sammelst ein. So. Da rechts ist noch so ein Königsvieh, glaube ich. Da, die Tiger. Da. Ja, ja, holen wir gleich. Das sind keine Tiger. Das sind Affen. Ach so. Hast du? Warte mal. Ja, ich kann schon wieder herstellen. Ja. Himmelsfell der Himmelskatze brauche ich. Ja, ja, ähm, das kriegst du später bei Fashion Week. Äh, du kannst alles auf drei machen und ab danach gibst du Missionen dafür, das sind dann so legendäre Tiere, die du töten musst. Schweinehaut, Jagdfell brauche ich, Königstigerfell, Panzerhornhaut, wieder Jagdfell, Wildschweinhaut zweimal. Wir holen dir erstmal jetzt das Schwein. Wildschwein, siehst du, boah, ich, was denn jetzt? Ja, wir holen dir jetzt erstmal die Schweinehaut. Es ist kalt, ey. Scheiß Winter. Erstmal brauche ich Munition. Hier oben. Ich verkaufe erstmal alles, was du nicht brauchst. Hast du mehr Platz. Ja, wo ist denn der... Hier oben. Verkäufer. Das ist meine eigene Bude. Wow. Keine. Ich habe verkauft. Behalte ich das Geld eigentlich? Ja. Überhältst alles, was wir hier machen. Ja, außer Missionen. Doch, Außenposten zum Beispiel. Wenn ich bei dir die machen würde, würden die bei dir auch bleiben. Was soll ich über die ganzen Kräutern hier? Ähm, ich stelle damit die Spritzen her. Warte. Das ist das normale Schwein. Aber... Witzig. Nicht den hier her. Hier. Kann ich das hier nicht töten? Warte mal, ich versuche das von Weitem abzuschießen. Hab ich hier keine Waffen? Nee, ab hier hast du Waffen, glaube ich. Ich hab hier nirgendwo Waffen. Ist ja assi. Das ist ja echt assi. Nee. Also... Fällt das schon mal flach. Ähm... Was war es noch? Königstiger, ne? Wildschweinhaut. Ja. Dann komm her. Okay. 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 Kann doch nur alleine fliegen. Nein, du kannst dich raufsetzen. Das ist der Hightech-Helikopter. Der ist geil, ne? Ja, übel. So ein Ding will ich auch haben. Darfst du nicht zu hoch fliegen. Dann macht's piep, piep, piep und schürzt ab. Das ist geil. Und das ist geil. Ist ja okay. Wow, was ein Flugstil. Ja, ne? Alter, was ist das denn für Viecher? Rhino zur Rosse. Jau, ey warte, noch nicht die töten. Ne, ne. Noch nicht. Komm, wir gehen hier weg. Ich werfe jetzt ein Stück Fleisch und dann kommt ein Tiger. Warte. Da. Ja, der hat uns auch schon gesehen. Ne, ne, der rennt zum Fleisch. Bleib ruhig. Oh nein, der ist angezündet. Das ist scheiße. Egal, guck mal, ob du zwei oder ein bekommst. Weiß ich jetzt nicht. Oh, der greift uns an, der ist sauer. Geh weg. Einen habe ich bekommen. Okay, warte, komm hierher. Ich schmeiß hier nochmal ein Stück Fleisch hin. Ja, super Idee. Da oben ist er. Oh, oh. Ja, ja, ich weiß. Kriegst du aber zwei. Wie viel brauchst du noch? Du kannst schon was herstellen, ne? Ja, Bärenhaut brauche ich. Und Panzer, Hornhaut. Ja, die holen wir dir jetzt. Jackfell, Wildschweinhaut. Panzer, Hornhaut nochmal. Honig, Dachsfell, Schweinehaut. Ja, pass auf. Diese Dinger sind nicht lustig. Darf ich jetzt abknallen? Nein, nicht abknallen. Wir wollen zwei. Es dauert nur ein bisschen. Diese Dinger sind übelch stark. Du holst dir gleich erstmal Pfeil und Bogen. Warte. Wo ist das Scheißvieh da? Jo, jetzt kriegst du direkt Doppelt von diesem Reno. Alter, das schluckt mehr als 50 Pfeile. Fertig viel. Hast du? So. Ja, hier war der andere irgendwo. Ja, warte. Warte. Wo ist das andere? Da oben ist er. Da. Hier oben. Oh, oh. Der kommt runtergelaufen. Da ist er. Pass auf. Ohohoho. Boah, ey, das ist so... Boah, das Ding ist so stark. Aber messern müsste ich den können. Ja, ja, messer den ruhig. Boah. Ich liebe diese Rhinos. Ey, pass auf. Oh, hallo. Die Dinger mich abfacken, ey. Gleich bin ich... Boah. Gleich bin ich tot, ey. Gleich feierabend. Oh, das Ding ist tot. Ah, du auch? Warte. Ja. Da oben, die haben mich getodet. Ja. Alter. Die Säcke. Schon wieder. Wo bist du? Ja, ich liege hier vor dir. Ja, da liegt irgendwo der Rino. Ich weiß noch, wo ich das Ding ertreten musste, ohne dass mir immer geheißen hat. Das war so ätzend. Brauchst du noch einen? So. Oh, haha, weiß ich noch nicht. Ah, der ritt mir hinterher. Weißt du, wie schwer das ist? So, Herstellung. Brauchst du noch einen Rino? Ja. Ja. Zwei, zwei Fälle brauche ich genau noch von denen. Oh, der ist so fucking ein Huren. Warte. Oh, fuck. Warte. Messer den doch nicht, ey. Doch. Ich muss dich erst mal heilen. Oh, ich dreh gleich am Rad. Ja, jetzt hab ich ihn, ey. Oh. Das ist der Wahnsinn mit diesen Dingern. Die Honigdachse sind auch lustig. Hast du? Jo, ist jetzt auf drei. Fälle schwarzen Teufels, Alter. Ah, das ist das. Schweinehaut, Jackfell, Schweinehaut, Bärenhaut, Schneeleopardenfell. Komm. Da ist schon ein Bär. Und Wildschweinhaut. Was? Wo? Da. Geht schnell, ne? Ja. Und? So. Das hab ich. Schneeleopardenfell. Ja. Insgesamt siebenmal. Schneeleopard. Siebenmal. Was noch? Bärenfell noch? Schweinehaut und Jackfell. Schweinehaut und Jackfell. Ja, holen wir erstmal Seelen und Jackfell. Natürlich nicht. Und Wildschweinhaut auch. Zweimal. Ja, holen wir die Wildschwein. Komm. Mann. Das ist ein Bär, der ist festgebackt. Brauchst du noch ein Bär? Ah, ja. Ich glaub schon. Der verfolgt mich. Ja, jetzt hast du nen Bär. Na. Da, wo der Bär tanzt. Oh mein Gott, was ist denn das Ding zum Mittag? Gut, holen wir dir jetzt nen Wildschwein. Arm rushing by myself. Ey, warum ist denn dein Charakter so fucking schnell? Weil ich alles voll geskillt hab. Alter, mein er ist hier aus der Puste wie ne 40 Jahre alte Raura-Lunge. Ja, du musst das skillen. Ja, du musst das skillen. Ja, du musst das skillen. Quittschwein. Warte, ich nehm ne Spritze, sonst suche ich mich hier dumm und dämlich. Hier ist kein einziges Tier in der Nähe, ich glaub's. Ist doch super. Ne? Ja. Kann ich auch. Hast du jetzt davor mäßig den Busch abgetötet? Ja. Sag schon profihaft auf. Da ist ein Schwein. Ja. 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 Na, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.